Aber das geht nicht. Aber wenn du was hast... Take these! Na 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 na. Ne, damit kriegst du ihn nicht. Aber ne Granate würde es erledigen, wenn du einfach über die Sandsäcke der letzte Reichweite rüberwürfst. Ich hab keine Granate. Oder ne Rakete. Für Schüsse. Und ihr schießt. Hör auch nix. Oh, der war ein Millimeter über ihm und dann der zweite Schuss ist er aufgestanden, hatte genug Zeit aufzustehen wegzurennen, bevor der eingeschlagen ist. Ärgerlich. Jetzt rennt er. Rennt jetzt hinter den Hangar, von mir aus gesehen, links von euch. Ich hab ihn jetzt verloren. Ich mach das lieber mit den Himmels Richtung statt mit links und rechts. Moin ihr Nutten. Südlich gerannt oder nördlich gerannt? Nehm ich. Nehm ich. Das weiß ich nicht. Hallo Billy, wir brauchen dich. Hangar Fight. Die ganze Zeit über Lasert. Ich hab hier alles voller Waffen und ausgebrochen. Das ist der Hangar also quasi, weißt du? Da ist er. Ja, verstehe. Von Fire Station Hangar, ja. Erster Hangar. Da ist er hinter gerannt, seitdem hab ich ihn nicht mehr im Blick. Boah, das ärgert mich so sehr. Der Schuss war so gut, das war ein tausend, einhundert Meter. So ein Mist. Hat gelegen. Aber er ist halt nicht der Einzige, da wuselt irgendwo noch einer rum. Und bald wieder Kette. Ist ein großartiger Server. Und die ist nicht mehr auf zwei. So erstmal eine frische Bier geholt? Ja, lieber auf sechs oder so. War jetzt halt wegen dem Reboot, ne. Ja, ja. Aber in Zukunft, wenn wir es eh nicht wissen mit Reboot, dann nehmen wir den Sechser lieber. Wieso? Aber der Zweier hat ständig Kette. Kette? Ja. So nennt sich das in armer Fachsprache. Kette. Er hat Kette. Wenn es aber Kette hat, ist doof. Was heißt denn das? Das heißt, dass er Kette hat. Dieses rote Lex symbol sieht aus wie eine Kette. Okay. Achso, okay. Jetzt verstehe ich es. Das heißt, Client ist nicht mit Server synchron. Das geht über Kette. Ich verstehe es jetzt. Wo du sagst, verstehe ich es. Wenn man sich die Hand gibt und dann auch über Kette, bam bam, versiegelt. Ich weiß auch gar nichts, Billy, ey. Oh Mann, Billy. Ich will doch Borderlands spielen. Da gibst du wenigstens keine Kette. Ja, ich bin am Weg. Gott sei Dank. Billy, wo bist du? Ich bin hier gerade in der Base. Ich muss jetzt zu euch in den Hangar kommen. Da hole ich gerade zwei Geschütze raus. Sehr kalt. Jetzt sehe ich ihn. Ja, Ural. Ural Action. Schieß, schieß, schieß. Schieß auf den Ural, dass er sich umdreht. Der zieht auf mich. Schieß auf den Ural. Er liegt. Er liegt. Der Ural wird gleich brennen. Ist kaputt. Ich habe ihn. Sehr gut. Der Ural steht halt echt blöd. Als du gesagt hast, der sieht mich, der sieht mich, da habe ich den noch nicht gesehen. Erst als er sich hingelegt hat, weil dann war er hinter dem Ural zwischen den Reifen sichtbar. Leck mich am Schlappen, du. Leck mich noch an den Schlappen. Haben wir doch die alte Kanalie. Ja, aber einer ist noch da. Immer noch. Ja. Also der, der mit dem SUV ausgestiegen ist, der auf dem Airfield seinen Reifen zerstört gekriegt hat, ist ausgestiegen und weggerannt Richtung Norden. Und seitdem war er nicht mehr gesehen. Er hat irgendwie in der Base gefunden, also beziehungsweise in, in dem Fachstattbau, er hat sich ein Auto gespawnt und kam gleich mit dem Panzerbehebel. Nein. Nee. Ich bin Harry ja. Aber nein. Ist kein Bomber, kommt der drüber. Ich habe ganz ehrlich kaputt. Ich hab so'n Gottverdammten Lader, ja? Ich hab' ich zwei Geschütze aus so'ner Base hier gerade. Die haben Straßenrand hier rumgabbelt. Und ich hoffe, ich komme damit heile oben an. Ich muss jetzt mein Kram... Ich muss jetzt mein Kram auch ins ATV laden und komme in den Hangar gerannt, weil ich sonst gleich verreck. Übrigens hab' ich das Auto gefunden, was hier im Wald geparkt ist, Karre. Das war zwei Meter vor dir. Vom ATV 20 Meter entfernt steht der Wagen. Neben der andere angekommen ist. Ja! Das bin ich schon näher erschossen. Von wo? Weiß nicht, ein Meter vor mir. Direkt vorm Hangar. Wir schieben jetzt. Wie, im Hangar? Direkt vorm Hangar? Ich glaube, der war zwischen den beiden Hangarn. Ich glaube, der hat da um die Ecke geschossen. Der muss hinter der langen Wall gewesen sein, weil vorher war er definitiv nicht. So'n Mist. Das soll jetzt nicht wie ein Angriff wirken, aber kann man ne Sniperposition suchen, die links und rechts an dem Hangar vorbeigucken kann? Ich war doch da, aber ich verhungere. Ich bin in zwei Minuten tot. Ich war auf dem Weg zum Hangar. Wir können hier nicht leben, wenn wir keine Nahrung haben. Dann ist Sniper nicht möglich. Ganz gleich bei mir ist vorne, Sascha. Okay. Ich kann's natürlich... Klare Geschichte. Ich hätte den natürlich gesehen, aber nicht, wenn ich verhungere und zum ATV laufe. Mach mal die Markierung auf der Map weg. Ich kann gar nicht. Danke, hab ich gemacht. Dann kann ich sowieso nicht mehr hier sein. Wie viel Nahrung hast du noch? Null. Nein, zehn. Okay. Aber zehn schon lang. Oh, Sascha. Bin da. Ich sehe einen, aber ich atme wie ein... Noch keine Spawn-Option? Wie bitte? Ich hab noch keine Spawn-Option. Ja, hast du respawned? Ja. Gerade ist gestorben, als du das erzählt hast. Einer ist im Hangar. Noch mal. Schuss hätte eigentlich treffen müssen, hat's oder nicht? Und ich bin halt markiert, das ist Mist. Das heißt, wir müssen eventuell unseren Hangar kurz aufgeben und ihn dann wieder stören. Ja. Ja, ist Rand voll Waffen und Rocket Launcher. Alles. Oh, oh, ich sehe die Fahrt. Also, wenn irgendjemand auf welches ist, dann kommt bitte zu mir und droppt mir ein Essen, sonst wird's schwer. Ich hab zwei Gegner in der Base gespottet in unserem Hangar. Schon drin? Ja, die sind drin. Looten gerade alles. Shit. Ich wäre doof, wenn sie mit dem Dinge rausfahren. Ja, in dem hinteren ist alles drin. Vibro. Nice. Ich kenne irgendwas. Irgendeine Waffe schon? Bist du ready? Ich bin schon AK mit einem Magazin. Ich muss reichen. Ich sehe immer seinen Kopf hinter den Sandsäcken. Der ist doch jetzt bestimmt mega beschäftigt mit der ganzen Scheiße, oder? Räume sehen gar nicht besser aus. Ja, ich habe schon auf ihn geschossen. Der ist beschäftigt damit, nicht zu sterben. Ich weiß immer, jemand fliegt ihn wieder. Genau. Ich höre ein Auto. Das bin ich. Warum mit dem Motorrad? Ich habe gerade keinen grünen Punkt, auch wenn ich alt links drüge. Nee, Penis Warrior, du da? Nee, das ist ein Auto in der Stadt. Ja, es kommt hier lang. Ich habe eine AKM mit drei Magazinen. Du hast eine normale AKM. Ja, er steigt ins Auto ein. Fährt mit dem U-Ball. Will er wegfahren. Der ganz hinten drin steht? Ja. Ah, war kaputt. Hier sind drei Leifen. Will? Ich habe besser auf Waffen. Ja, was klatscht. Vielleicht. Ich habe eine M16. Ja. Ich habe ihn leider viermal gemisst. Weil er immer eingestiegen ist, wieder aus und dies, das. War aber mein Fehler. Ich bin viel näher dran als sonst. Ich habe geserot und drüber geschlossen. Also ich bin ready. Aber Auto ist safe. Auto ist nicht da drin. Wir müssen uns beeilen. Meine Meinung, hier liegen noch überall Standard-Punitionen, wenn du bedarf hast. Und der braucht Essen. Essen, Essen, Essen. Wir haben keine Zeit für Fahrzeugen. Ich loot gerade Essen. Okay. Hast du ein Fahrzeug? Ansonsten fahre ich dann hoch zu ihm. Nee, ich habe kein Fahrzeug. Bleibt mir ruhig, bitte. Okay. Ich glaube, die wollen mit dem Auto zu mir fahren. Mach, von mir aus mach Unterdrückungsfeuer. Halt sie einfach beschäftigt. Ich bin dabei. Wie kann ich, dass er beschäftigt ist? Hab einen. Hab da, Jun. Komm, komm, komm. Ich glaube, es ist keiner mehr im Bunker. Okay. Aber die wissen nicht mehr, die sind nicht mehr. Das heißt, ich gehe noch ein bisschen hoch jetzt. Jetzt triebe ich mal noch ab. Sollen wir denn machen, dass einer aussteigt, Essen gibt, der andere durch? Nee, der muss ja laufen. Wir müssen beide essen gehen, ne? In Essen ist doch ein bisschen Fahrzeug. Wird da nicht ein Holz? Ja, in Essen eigentlich reicht nicht. Es gibt keine Ahnung nach vorne, dann denke ich, wo er sitzt. Und ich hole dann gleich was für mich da zu mir raus. Und dann setze ich mir gleich mit dem Boot. Wo geht's denn lang? Geradeaus, geradeaus. Genau, geradeaus. Den Kuppen rechts. Ach, ich weiß. Und dann den Baller mit dem Boot geht. Ich muss mal schauen. Ich muss auch schon drüben. Oh. Da kommt ein Zaun, was ist das? Was von wo? Zaun. Das kleine Stück hier. Also hier hat jetzt kein E-Ton, die sind gerade ein bisschen hoch und typisch gewesen. Wer hat die Gefühle, dass die Führung der Leidenschaft noch da und zum Essen und Essen für den Größen zu schaubern? Was ist bei der Essen? Nicht? Ja. Hast du Essen oder soll? Ich steck ab am besten, ne? Jo. So, go, go, go. So, hat mich schon entweitet. Thank you. Thank you. Ich losse ja alles. Dann hast du drei Essen, vier Trinken. Dann kannst du hier für immer bleiben. Viel Spaß. Auf. Sehr nice. Ich würde rechts durchfahren. Ach, du willst mit deiner Sniper-Pose? Naja, ich weiß nicht. Rechts würde ich durchfahren. Gute Erfahrung mit mir. Man bleibt bei uns und fahrt uns da drinnen, ne? Was? Was will ich mit dir? Nö, hab ich nicht reingekommen. Halt, da wird uns so reingekommen. Nee, jetzt ist gerade... ... die Böge wohl zu schauen. Ansonsten lässt sich jemand ewig noch alle die Bögen sehen. Nein, es ist alles gut. Ich gucke jetzt. Jetzt links. Was, links? Ja, links. Da? Ja. Ich sehe nicht, wo es da reingeht. Links? Nein, das Zaun. Nein, links. Zwei weiter, zwei Felder weiter. Da ist feste. Da. Nein, da ist Zaun. Bei mir ist das... Das. Naja, egal. Nein. Okay, fah. Willst du erst einen Sniper looten oder erst den Hangar? Der Sniper ist jetzt nicht... Ich bleibe nur irgendwo langsam, so will ich nicht sterben. Verleg dir was. Ja, dann steigen wir bald aus, ich fahre hin. Ah, da ist er. Ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn. Dann warte ich ihn. Alter, aussteigen, schießen, ne? Guck dir den Stream an, das ist mein Kumpelis. Das stimmt allerdings. Alter, ich bin nur im Rummenleggen. Wieso seid ihr denn da hinten gefahren? Weiß ich nicht, ich will direkt auf den Hangar fassen. Weil ich glaube nicht vorhin bin, weil ich glaube nicht, dass es hier einer war. Ja, aber der hat mir so einen Körner auf dem Herd gekriegt. Und dann kann ich da mal rechnen. Naja, dann kann ich da rechnen.